Liebe Grillfreunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute präsentiere ich euch neues Zubehör, unter anderem wir haben wundervolle Drehspießkörbe in zwei verschiedenen Ausführungen, einmal zum Festklammern quasi und einmal hier in rund. Was wir damit machen, das zeige ich dir gleich. Lass uns erstmal diese wundervollen Pakete auspacken, das ist wie Weihnachten immer, da freue ich mich drauf. Wir haben hier wirklich eine richtig tolle Qualität, sehr, sehr wirklich massiv. Ich kann es gar nicht zusammendrücken, genauso soll das auch sein. Jetzt holen wir das gute Stück einfach mal raus und ja, hier ist es so, hier können wir in verschiedensten Höhen arbeiten, das heißt ob Hähnchenschenkel, Dorade, Forelle, wie auch immer. Wir können hier wirklich in den Höhen arbeiten, so dass uns das Grillgut nicht hin und her fliegt beim Drehen, sondern wirklich fixiert ist. Da könnt ihr sehr gespannt drauf sein. Ich bin es auch und freue mich drauf, damit gleich arbeiten zu können. Kommen wir hier ran. Freunde, es gibt gleich Popcorn. Da freue ich mich richtig auf. Also wir machen gleich Pommes und Popcorn in den Korb und ich verspreche euch, wenn ihr das Ding zu Hause habt und Popcorn macht, das ist eine Riesengaudi. Ihr werdet viel, viel Spaß haben, aber wir packen jetzt erst aus und dann geht es gleich rund. Und die Körbe passen auf alle oder fast allen handelsüblichen Drehspieße, sehr, sehr universell einstellbar durch das Gewinde hier. Das heißt, wir können wirklich auf jede Stärke damit arbeiten. Beim Aufmachen einfach draufdrücken, gegendrücken und dann können wir das hier aufmachen und dann können wir das quasi einfach in unsere Schüssel reintun. Schön mit Butter und Zucker gleich. Ich bereite mal ein bisschen was vor. Bis gleich. So, ich habe jetzt richtig Bock auf Pommes. Komm ruhig mal ran, dann zeige ich dir, worauf zu achten ist. Bei dem Korb ganz, ganz wichtig, dass wir den nicht ganz voll machen. Ja, so drei Viertel voll reicht vollkommen aus oder gerne auch hier die Hälfte von dem Korb. Dann können wir das einfach hier einhängen und klicken das quasi nur noch fest. Wir haben hier wie so eine Waschtrommel, haben wir hier so diese zwei Nasen, so nenne ich das mal. So kann das halt wunderbar immer gemischt werden beim Drehen und es wird alles gleichmäßig gar und knusprig. Spieß habe ich soweit vorbereitet. Heißt, ich stecke den jetzt hier durch und das Spannende ist halt, wir haben halt hier die Schraube, wo wir halt wirklich für jeden individuellen Spieß das hier durchstecken können. Das heißt, auch bei ganz großen und bei dicken Durchmessern an Spießen passt der Korb wirklich überall drauf. Den fixiere ich jetzt und dann gehen wir schon in den Grill. Ich habe den Grill auf 180, 200 Grad vorgeheizt und jetzt kommt der Spieß auf den Grill und jetzt, ich denke mal, eine halbe Stunde bei geschlossenem Deckel und dann haben wir schön knackige Pommes. Bis gleich. Mir ist noch was Wichtiges eingefallen, bevor jetzt die Pommes gleich fertig sind. Solltet ihr keinen Spieß bei eurem Grill mit dabei haben. Wir haben zu fast jedem Grill, den wir führen, einen passenden Drehspieß. Ich sage mal, zwischen 80 und 100 Euro kommt jetzt natürlich irgendwie auf die Größe des Grills natürlich drauf an und ich bin mir sicher, dass unsere Spieße sich genauso drehen wie von den, ich sage mal, von den Herstellern, wo es das Doppelte kostet, ja. Liebe Freunde, ich habe die Grillhandschuhe an, das heißt jetzt gleich, wo das heißt, denn unsere Pommes, boah, guckt euch das an, sind fertig. Wie habe ich die gemacht? Ganz kurz. Guckt einfach, dass ihr euren Grill auf 180, 200 Grad irgendwie einstellt. Lasst 20 Minuten laufen. Derjenige, der es knuspriger mag, der wartet einfach was länger. Derjenige, der es was heller mag, der holt es halt was vorher raus. Gibt kein Falsch, kein Richtig gibt, nur schmeckt, schmeckt nicht. Wenn ihr das riechen könntet, wie das hier schon duftet, großartig. So, Pommes lasse ich gerade noch ein bisschen kalt werden. Der Korb ist ja noch schön heiß und der Grill. Heißt, ich fülle hier einfach ein bisschen Popcorn rein und glaubt mir, die Kinder, die Kinder werden einen Spaß haben mit den Pommes oder auch mit den Popcorn. Ja, gleich, wenn in dem Grill, bei geschlossenen Deckel, es überall Papp, Pung, Peng macht, das ist einfach eine riesen Gaudi. Brenne an, Drehspieß an. Bevor ich den Deckel jetzt zumache, habe ich hier noch ein bisschen Butter und Zucker. Das werfe ich einfach mit hier drauf, stelle den Brenner auf sehr klein und lasse es einfach mit flüssig werden. Dann kann ich das gleich über das Popcorn drüber machen. Bis gleich und jetzt warten die Pommes auf mich. Papp, Pung, Peng, wir hören es gerade und jetzt stellt euch vor, eure Kinder stehen irgendwie vor dem Grill und der Grill rastet gerade vollkommen aus. Das ist doch einfach nur Spaß pur. Freunde, ich habe wieder die Handschuhe an, das heißt, es ist was fertig geworden. Und jetzt öffne ich hier natürlich hier drüber, über der Schüssel. Ich möchte jetzt keinen Nationensstreit hier irgendwie verursachen, aber auf Popcorn gehört Zucker, kein Salz. Ich hole gerade mal Rührbesteck. Bis gleich. Endlich da. So geht das doch deutlich schöner und besser. Jetzt kommt gleich schon das nächste Produkt auf unserem nächsten Drehspieß. Bis gleich. Ich muss hier gerade einmal noch was essen. Nach Pommes und Popcorn habe ich immer noch nicht genug. Hier ist unser zweites Zubehörteil, der zweite Drehspießkorb. Und hier ist es so, hier können wir wirklich in diesen verschiedenen Ebenen einfach arbeiten, um das dementsprechend Höhen zu verstellen. Das heißt, unterschiedlich starke Grillprodukte, sei es Dorade, Forelle, Lachs, Fleisch, irgendwelche Nacken oder sowas. Ich benutze gerne Hähnchenschänkelchen. Die lassen sich super hier einsetzen. Jetzt drücke ich das einfach nur hier zusammen, gehe in das letzte Loch rein. Ich nehme den Spieß, gucke, dass ich übrigens immer hier mittig bin, ungefähr. Dann drehe ich die Schrauben wieder fest, damit er sich wunderbar drehen kann. Ich mache die äußeren Brenner an, damit ich ein Grundrauschen an Temperatur drin habe. Mache dann noch den Heckbrenner an, weil ich habe ihn ja, also benutze ich ihn auch. Gucke, dass ich so bei 180, 200 Grad ungefähr bin. Und dann lasse ich ihn jetzt auch einfach laufen, bis das Hähnchen gar ist, beziehungsweise die Haut auch richtig schön knusprig ist. Jetzt ist ein super Zeitpunkt, mal in den Grill reinzuschauen, denn wir sind so bei einer Viertelstunde ungefähr und wir sehen hier, wie schön knusprig das schon wird. Ich habe jetzt gerade mal unsere Edelschall-Einsatzwanne unter den Korb gelegt, damit das Fett so ein bisschen aufgefangen wird. Denn diese Einsatzwanne, die brauchen wir gleich auch noch. Und ihr dürft auf jeden Fall gespannt sein, was es mit dieser Wanne auf sich hat und was wir da alles drin machen können. Also bis gleich. Die Hähnchen-Schenkel sehen großartig aus. Das ist ein toller Snack hier zwischendurch. Ich habe sie mit unserem Red Corn gewürzt und ich finde sie einfach harmoniert super und freue mich da drauf. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbrillen, aber jetzt kommt ja schon wieder das Nächste. Bis gleich. Nach Pop is Popcorn, jetzt den Hähnchen-Schenkel, habe ich noch als Viertelstunde für euch. Und zwar eine wundervolle Dorale. Ihr habt hier einfach mit dem Korb eingespannt, den Spieß durch. Jetzt kommt ein richtig guter Tipp von mir. Die Zitrone halbiert. Ich grille hier einfach mit. Dadurch karamellisiert die Zitrone. Und diese karamellisierte Säure passt hervorragend zu der Dorale. Probiert es einfach mal selber, auch der wird begeistert sein. Jetzt falle ich wieder um den Fisch ein, dass er mir nicht flirten gehen kann. Und dann geht es auch schon wieder rund für den Spieß. Das heißt, ich bekomme endlich wieder was zu essen. Die Dorale ist fertig. Und ich finde, sie sieht hervorragend aus. Ein leichter Handgriff. Diese karamellisierte Zitrone jetzt hier, die Säure darüber, die schmeckt hervorragend. Ich ziehe die Haut jetzt ab, träufel das so ein bisschen drüber und genieße das richtig. Und wenn ich das Fleisch jetzt hier so abziehe. Und dann ein bisschen von der Zitrone drüber. Ich lasse es mir mal schmecken für euch. Hervorragend ein Gedicht. Von mir gibt es jetzt noch ein kleines Fazit von den Drehspießkörben. Fangen wir mit dem hier an. Sehr, sehr massiv verarbeitet. Wir können den super leicht aufmachen. Super geeignet für Popcorn, für Pommes. Wir haben es heute gesehen. Aber auch gerne für Wedges oder Gemüse. Solltet ihr andere Ideen haben, könntet ihr die super gerne posten. Würden wir uns sehr darüber freuen. Das ist auf jeden Fall ein Artikel. Der kostet bei uns um die 6,47 Euro. Kann man sich definitiv mal kaufen. Ist für mich ein Must-Have in jedem Grill. Früher ist es das Auto, was getunt worden ist. Jetzt ist es der Grill, der irgendwie weiter bestückt wird. Und das ist auf jeden Fall ein Produkt. Das sollte jeder am Grill haben, unseren neuen Drehspießkorb. Komme ich zum zweiten Drehspießkorb. Auch hier bin ich sehr, sehr davon angetan. Mir hat es viel Freude gemacht, mit beiden zu arbeiten. Hier ideal geeignet für Gemüse, für Dorade, Lachs, Forelle. Aber auch, wir haben es gesehen, die Hähnchenschenkelchen oder größere Schenkel. Ja, Chicken Wings können wir da drin machen, Braten können wir da drin machen. Mal was einfach so wunderbar Höhen verstellen und fixieren können. Das ist so der Benefit von diesem Drehspießkorb. Und mich überzeugen beide. Ich kann jetzt noch nicht mal sagen, welcher Korb ich besser fand. Ich finde beide großartig. Und jetzt habe ich aber noch einen richtig, richtig dicken Fisch, ja, für euch. Und zwar in Kölle, seid mal Reefkuchen dazu. Wir machen jetzt Reibekuchen im Grill. Das heißt, da bereite ich jetzt alles für vor, für lecker Reefkuchen. Bis gleich. Und hier ist es so, wir haben so Edelstahl-Einsatzwand, vier Zentimeter tief, richtig, richtig massiv und stabil. Habe ich schon mit Fett gefüllt, ja, zur Hälfte ungefähr. Und wir sehen hier die wundervollen Haken. Ich mache es nochmal. Die können wir nämlich damit wunderbar tragen, diese Wanne, ja, raus und rein. Das heißt, im heißen Zustand können wir diese Wanne gleich rausnehmen und dann weiter grillen, theoretisch. Und ich halte jetzt mal den Grill an für den Reefkuchen. Ich freue mich. Fett ist einigermaßen heiß. Auch hier brauchen wir 180, 200, 220 Grad ungefähr. Nicht übertreiben, ne, das ist, wir reden hier von heißem Fett. Deswegen ist auch diese Edelstahlwanne wirklich so massiv verarbeitet, dass man, dass da auch wirklich nichts passieren kann, dass da nichts sich verbiegt. So, und wir machen einfach mal, oh, guck dir das mal an. Bitte niemals das Fett mehr als die Hälfte befüllen, weil das Fett würde sonst überlaufen und dann hätten wir einen riesen Fettbrand. Das müssen wir wirklich vermeiden. Bitte achtet darauf, das ist ganz, ganz wichtig. So, die brauchen noch ein bisschen, ne. Einfach ausbacken lassen. Ich lasse jetzt sogar den Deckel offen, um das alles kontrollieren zu können. Reifekuchen sind fertig. Abschließend nochmal ganz, ganz wichtig. Nie mehr als die Hälfte nicht zu voll, dass wir da richtig schön dran arbeiten können. So, das ist natürlich wieder das Grausamste an meinem Job. Ne, ich glaube, ich muss mal mir das überlegen hier immer mit der Fresserei. Hör mal, aber was soll ich machen? Es riecht so gut, es schmeckt so gut. Ich meine, eigentlich fehlt mir jetzt wirklich der Apfelmus oder der Apfelkompott. Da stehe ich voll drauf, aber so zum Probieren opfere ich mich mal für euch. Und ich wüsste nicht, was dagegen spricht. Einfach mal sich sowas zuzulegen. Es passt wirklich in euren Grill rein. Einen Rost rausgenommen, die Wanne eingesetzt und loslegen, Spaß haben. Ich habe die besten Bratkartoffeln herausgegessen in meinem Leben, weil diese Hitze so schön gleichmäßig war, wir richtig darin schön arbeiten konnten. Das hat einfach Spaß gemacht, ja. Jetzt hier die Reibekuchen, da werde ich mich gleich reinlegen. Ihr könnt Gemüse machen, ja. Schön Gambas darin angeschwitzt mit ein bisschen Knoblauchöl. Bisschen Sherry genommen und Weißwein abgelöscht. Vielleicht kocht ihr ein paar Spaghetti ab, werft die da mit rein, schwenkt einmal durch, legt die auf den Tisch und genießt einfach nur. Dafür habt ihr euren Grill. Und wenn ihr keinen Grill habt, wird es endlich Zeit, dass ihr einen euch zulegt. Denn wir reden hier von Außenküchen. Und ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen. Wenn ja, wisst ihr Bescheid. Klickt, liked, teilt, rastet aus. Empfehlt uns weiter, tut Gutes und spricht drüber, sage ich immer. Und ja, ich bin raus, euer Benni. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis demnächst mal. Ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll. Bis demnächst mal. Bis zum nächsten Mal.